Hallo, ich bin Marco Portner, Elektroniker im vierten Lehrjahr. Meine Mitstiftin Zara W. wird euch einen Einblick in unsere Lehre zeigen. Ich bin Zara, Elektronikerin im ersten Lehrjahr bei Gilge. Wenn du Elektroniker oder Elektronikerin werden möchtest, musst du sehr gute Kenntnisse in Mathe haben, handwerkliches Geschick mitbringen und natürlich musst du auch ein gewisses Interesse an der Technik haben. Das Coole an meiner Lehre ist, dass ich selber mit einem Beruf verbringen kann, wo die Arbeit hier nicht für mich wie ich arbeite, sondern dass ich gerne hierher komme und Freudebüte zu haben. Wir haben mit dem Dorsystem entschieden, einerseits wegen dem Arbeitswege, weil der sehr kurz ist, und andererseits wegen dem Umfeld. Beim Schnuppern hat es mir super gefallen. Das war ein Einblick in unseren Alltag als Elektroniker. Was mich interessiert hat, können wir doch zu uns schnuppern. Tschöle zahme!